Weida ist eine Stadt im thüringischen Landkreis Greiz. Geografie Weida befindet sich am östlichen Rand von Thüringen, knapp 12 Kilometer südlich der Stadt Gera und liegt in einem Tal an der Mündung des Flusses Auma in die Weida inmitten bewaldeter Berge. Die Stadt im Thüringer Vogtland liegt 233 Metern über NN mitten im Landkreis Greiz an den Bundesstraßen 92 und 175. Angrenzende Gemeinden sind Kremler, Hartpöllnitz, Auma, Weidertal, Hohenleuben, Langenwetzendorf, Berger, Elster, Teichwitz, Wünschendorf, Elster und Zedlitz. Stadtgliederung gemäß Hauptsatzung der Stadt Weida ist das Stadtgebiet seit dem 1. Januar 2014 in die Ortsteile Hohenülsen, Schömberg und Steinsdorf untergliedert. Davor hatte Weida keine in der Hauptsatzung benannten Ortsteile und gliederte sich in Alt- und Neustadt. Hinzu kamen die früheren Dörfer der Schwitz im Norden und Liebsdorf im Westen der Stadt. Geschichte In der Zeit der Völkerwanderung verließen die Germanen weitgehend die Region und wurden von Slaven abgelöst. Um das Jahr 1000 kamen dann deutsche Siedler in das Gebiet. Sie rodeten Wälder und betrieben Feldwirtschaft. Der deutsche Kaiser setzte Wögte als Verwalter seiner Herrschaftsgebiete ein. Der erste Vogt Erkenbatti kam nach Veitsberg. Sein Sohn Erkenbatt II begann mit dem Bau der Altstadtburg, die etwa am Standort des Freihauses auf dem Wieden gestanden haben soll. In ihrem Schutz entstand ein Marktflecken. Dann baute Vogt Heinrich I., in den Jahren 1163 bis 1193 auf der Anhöhe links der Weida im Zwickel zur Mündung der Auma die spätere Osterburg. Von ihr aus kontrollierte man den Flussübergang der Straßen. Diese Weste wurde dann auch Hauptsitz der Wögte von Weida. Unterhalb der Osterburg stand einst die Schlossmühle. Sie wurde 1385 erstmals urkundlich erwähnt. Auf dem Gelände der Mühle steht ein Fabrikgelände der Weideer Lederwerke. Die Reste der Schlossmühle wurden 1994 zu 1995 abgebaut. Die Roten Mühle wurde auch erstmals 1385 erwähnt. 1982 zu 1993 arbeitete die Mühle unter privatwirtschaftlichen Verhältnissen. Sie kam 1993 zu einer marktwirtschaftlichen Stilllegung und nahm 1994 unter einen anderen Besitzer die Arbeit wieder auf. Im Aumertal ist die Roten Hofmühle die älteste und einzige Getreidemühle, die weiterhin arbeitet. An dem Weida-Fluss befanden sich noch fünf weitere Mühlen. 1. Die Katschmühle 1484 zu 1485 als Mal-, Malz- und Ölmühle gebaut. Sie war bis 1963 einsatzfähig. Das Mühlengebäude wurde baufällig und 1992 erfolgte der Abriss. Das Wohnhaus blieb stehen. 2. Die Pfortenmühle unterhielt das Amt Weida von 1446 zu 1618 mit Pächtern. Das Müllgrabensystem der Mühle mit der Katschmühle war ein Kunstwerk, berichtet Mann. Auch diese Mühle musste der Industrie in Weida weichen. Sie machte Platz für eine Lederfabrik. 3. Die Sand- oder Waukmühle lag in der Altstadt. Sie war von der Pfortenmühle abhängig, weil sie hauptsächlich Tuche und Leder bearbeitete. 1920 war ihre Epoche zu Ende. Die Gebäude wurden zu Wohnhäusern umgebaut. 4. Die Matthäusmühle in der Weida-Neustadt wurde wie die Stadt 1209 erstmals urkundlich erwähnt. 5. Die Weida-Papiermühle wurde 1569 zu 1570 gebaut und brannte 1851 ab. 1592 wurde das Papier bereits an die Händler nach Leipzig gebracht. 1851 kam das aus für diese Mühle. Sie brannte ab. Auf der Brandstätte entstand eine neue Weberei. Bereits 1209 wurde die Marktsiedlung Weida in einer Urkunde als Stadt bezeichnet. Damit ist Weida die älteste Stadt des Thüringer Vogtlandes. Auch die Weideer Matthäusmühle und die Rote Mühle wurden erstmals 1209 in einem Schriftstück der Wökte von Weida urkundlich erwähnt. Die Roten Mühle arbeitet heute noch als letzte von ehemals 34 Mühlen im Einzugsgebiet der Auma. Der Bergfried kündet heute noch von der Ersterbauung der Burg. Die anderen Gebäude wurden 1536 als Renaissance-Schloss umgebaut. In einer Urkunde von 1122 erscheint erstmals ein Erkenbett von Weida, der sich und seine Familie nach dieser Siedlung benannte. Stammsitz der Wökte von Weida war die später Osterburg genannte, von 1163 bis 1193 errichtete Burg auf einem Bergsporn über der Stadt. Dort residierten die Wökte von Weida bis 1427, weshalb die Stadt auch Wiege des Vogtlandes genannt wird. Weida war 1615 von Hexenverfolgung betroffen. Ein Leichenträger geriet unter dem Vorwurf des Teufelsbündnis in einen Hexenprozess. Er wurde auf die Richtstätte geschleift und verbrannt. Das waren Kipperschreckenberger, Kreuzerstücke und Groschenstücke bis hin zum sogenannten Kippertaler zu 60 Groschen. Bis 1815 gehörte Weida zum Kurfürstentum bzw. Königreich Sachsen und gelangte dann an das Großherzogtum Sachsen-Weimarer Eisenach. Mit der Gründung des Landes Thüringen 1923 kam Weida zum Landkreis Gera. Im August 1925 fand ein okkultes Treffen in Weida statt, die sogenannte Weida-Konferenz. 1943 wurde Weida Sitz der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, die mit 300 Wissenschaftlern und ihren Familien wegen des Bombenkriegs aus Berlin hierher kam. 1945 bedienten sich die Alliierten aus deren Bestand. Ab 1952 gehörte Weida zum Kreis Gera-Land im Bezirk Gera der DDR, der mit der Auflösung der Bezirke 1990 in Landkreis Gera umbenannt wurde. Seit der Kreisreform am 1. Juli 1994 ist die Stadt Teil des Landkreises Greiz. Am 17. Juni 1953 gab es in Weida große Demonstrationen. In der darauffolgenden Nacht erschoss die kasernierte Volkspolizei einen der beteiligten Wismut-Arbeiter. In den 1950er Jahren wurde im Ort zur Kinder- und Jugendferiengestaltung ein Zeltlager Junge Freiheit betrieben. Am 31. Dezember 2013 wurden die Gemeinden Hohenöhlsen, Schömberg und Steinsdorf aus der aufzulösenden Verwaltungsgemeinschaft Läubertal in die Stadt eingemeindet, wodurch ihre Einwohnerzahl auf knapp 8500 Einwohner stieg. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle ab 1994 Thüringer Landesamt für Statistik 29 31 Politik Weida ist erfüllende Gemeinde für Krimler. Die Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 zum Weidaer Stadtrat führte bei einer Wahlbeteiligung von 49,0% zu folgendem Ergebnis. Gegenüber der Wahl 2009 verlor die CDU und die Linke je einen Sitz. Die FWG verlor zwei Sitze. Dafür gewann die Wählergemeinschaft Weidaer Umland, die zuvor nicht antrat, vier Sitze hinzu. Blasonierung Wappenerklärung Das hier zur Pforte stilisierte Tor und die beiden Türme weisen auf die Befestigungsanlagen weides aus der Zeit des Mittelalters hin. Der Weidentrieb war bereits 1333 Bestandteil des Siegels der Stadt und weist als redendes Wappen auf den Stadtnamen hin. Im Jahre 1949 als Stadtwappen übernommen basiert es auf dem ältesten noch vorhandenen Siegel der Stadt aus dem Jahre 1333. In einem Dokument des Jahres 1515 sind erstmals die Farben des Stadtwappens erwähnt. Dieses Dokument befindet sich heute in der Erfurter Universitätsbibliothek. Städtepartnerschaften bestehen mit Neuisenburg, Kalf und Mezzotor. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Osterburg Osterburg Luftaufnahme Blick von der Paulinenhöhe Altstadtansicht vom Osterburgturm Peterskirche aus dem 12. Jahrhundert Alter Stadtmauerturm Brauhausgasse an der Weider Stadtkirche Sankt Marien Wiedekirche aus dem 12. Jahrhundert Logerberei Brotbank Haus Kirchenruine Nonnenhof Eisenhammer Weider Katholische Kirche aus dem Jahr 1902 E.M. Kino aus dem Jahr 1928 Gullideckel Zur Einweihung sanierte Turmspitze Stadtmauerturm mit Wiedekirche im Hintergrund Sanierte Villa mit Burgdurm Bedeutendste Sehenswürdigkeit weides ist die Osterburg Sie wurde als militärische Befestigung im 12. Jahrhundert angelegt Auf ihrer Terrasse befindet sich ein Gedenkstein mit dem Hinweis auf das bis dorthin südlichste Vordringen des Eispanzers in Deutschland während der Elster Eiszeit Der 1884 eingeweihte Uschitzdal Viadukt ist eine 28 Meter hohe und 185 Meter lange Pendeltweilerbrücke ein technisches Denkmal, das bis 1983 dem Eisenbahnverkehr diente Der Eisenhammer im Ortsteil Liebsdorf ist der älteste noch erhaltene und funktionsdüchtige in Thüringen Die Katholische Kirche wurde 1902 erbaut Das Kino Osterburg Theater wurde 1928 im Stil des neuen Bauens errichtet 2003 wurde es zum Bürgerhaus umgestaltet Vor dem Ehemkino steht ein Pentakonfilmprojektor, der bis 1993 in Betrieb war Siehe auch Stadtkirche Sankt Gedenkstätten Ein Grabfeld mit Denkmal auf dem Friedhof an der Friedhofstraße erinnert an 48 sowjetische Männer, Frauen und Kinder, die im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland verschleppt und Opfer von Zwangsarbeit wurden Seit 1986 erinnern weitere Gedenktafeln an die 18 Opfer von Zwangsarbeit aus anderen Nationen Auf dem Platz der Freiheit wurde ein Ehrenhain eingerichtet Zentral gelegen ist hier ein Gedenkstein für den Todesmarsch aus dem KZ Buchenwald und ein weiteres großes Denkmal für die Opfer der Nationalsozialisten zu finden Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus findet hier alljährlich die städtische Gedenkveranstaltung statt Auch für Gefallene der Weltkriege sind Gedenkstätten eingerichtet So findet man eine Tafel mit allen namentlich bekannten Gefallenen weiter in der Ruine Wiedekirche Auf dem Friedhof sind einige Soldatengräber und der große Sockel eines früheren Denkmals zu finden Der jetzt den zentralen Punkt eines kleinen Platzes bildet Am Aufgang der Osterburg direkt an der Straße gelegen Findet sich ein Gedenkstein für den von der Kasernierten Volkspolizei 1953 erschossenen Wismut-Arbeiter Der Stein wurde von dessen Enkel gespendet Hier findet jährlich am 17. Juni eine kleine Gedenkveranstaltung statt In Weida gibt es einige Freizeit- und Sporteinrichtungen Die meisten auf dem Roten Hügel, Freibad, Kegel- und Bowlingbahn, Minigolfanlage, Sportplatz, Tennisanlage, Tiergehege, im Stadtzentrum, Turnhalle, Kamera, Fitnesscenter Der bekannteste Sportverein der Stadt ist der Fußballverein FC Thüringen-Weida e.V. Erfolgreicher sind jedoch die Kegler vom SKK Gut Holzweida, die seit 1991 in die 2. Bundesliga bzw. in der Saison 1997 98. in der 1. Bundesliga spielten Seit 2010 spielen sie erneut in der obersten Liga Außerdem kann der Verein zwei DDR-Meistertitel vorweisen Sprichwörtlich bekannt ist Weida für seine Blechkuchen, die generell im thüringischen große Tradition und eine hohe Qualität haben Dem entspricht die Weitsche-Kuchenfrau als lokale Symbolfigur ebenso wie die sinnbildliche Bezeichnung Weides als Kuchenweide Jedes Jahr am 1. September-Wochenende findet traditionell der Weizkuchenmarkt auf dem Markt vor dem Rathaus statt Wirtschaft und Infrastruktur Weides Wirtschaft ist mittelständisch strukturiert Das Wirtschaftsleben bestimmen Unternehmen der Dienstleistungsbranche, Handwerksbetriebe und ein verzweigtes Einzelhandelsnetz Größter Arbeitgeber ist der Polsterbetten- und Matratzenhersteller Breckle Die Weideer Jute Spinnerei und Weberei bestand von 1897 bis 1990 Verkehr der Bahnhof Weida liegt an den Bahnstrecken Leipzig-Propszeller und Weerdau-Mehltheuer Das Suchitz-Dall-Viadukt wurde von 1884 bis 1983 zum Betrieb der Bahnstrecke Weerdau-Mehltheuer benötigt Die 185 Meter lange und 28 Meter hohe Fachwerkgitterbrücke überspannt noch immer den gemeinsamen Abschnitt der Bundesstraße 92 mit der Bundesstraße 175 Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Weida war Residenz der Wügte von Weida Sie können dem Artikel Wügte von Weida entnommen werden Elisabeth von Weida, Äbtissen von Gernrode Friedrich Pensold, deutscher Philologe und Physiker Martin Meyres, evangelischer Theologe Matthäus Ackermann, Schösser des Amtes Arns Haug Christoph Sonntag, evangelischer Theologe Salomo Deiling, evangelischer Theologe Friedrich Wilhelm Lindner, Theologie-Professor in Leipzig Alfred Appelius, Politiker, Landtagspräsident im Großherzogtum Sachsen Paul Quesel, Heimatdichter Robert Geier, neuapostolischer Geistlicher Max Funke, Unternehmer und Erfinder Hans Schubert, Mathematiker Günter Brendel, Maler Joachim Kloß, Glaskünstler Stefan Kraftschück, Liedermacher und DDR-Bürgerrechtler Arnold Watz, Politiker, MdB Jens Goldhardt, Organist Jörg Kubicki, Politiker, MdL Weitere Persönlichkeiten Johannes Franke Johannes Franke, evangelischer Theologe Ab 1651 Superrintendent in Weida Esa-Josch Hickmann, Jurist und Komponist Lebte bis zu seinem Tod Als Amtsadvokat in Weida Georg Samuel Dörfel, Theologe Ab 1684 Superrintendent in Weida Hans Bastian von Zemen Kurfürstlich-Sächsischer Geheimerat Deputierter des Amts Weida Auf dem Dresdner Landtag Hauptmann des Neustädtischen Kreises und bezog die dortige Osterburg Moritz Wilhelm von Sachsenseitz Fürst von Sachsenseitz Lebte ab 1717 in Weida Emil Adolf Ross-Messler Naturforscher und Politiker Zwischen 1827 und 1830 Lehrer in Weida Friedrich Helbig Jurist und Schriftsteller Amtsmann in Weida Heinrich Trenker Buchhändler In seinem Haus fand die Weida-Konferenz statt Horst Sakulowski, Maler lebt seit 1967 in Weida